Schriftstellerin Die Gespräche habe ich zu schreiben, wie sie lebendig im Menschen vorgehen. Unsere künftige Glückseligkeit wird darin bestehen, dass wir jeden Augenblick darin etwas Neues erfahren werden. Musik Denn jeder hofft doch, dass das Glück im Lache, Allein das Glück, wenn's wirklich kommt, ertragen, ist keines Menschen, wäre Gottes Sache. Musik Rahel, Rahel, damit Sie mich kennen, Friederike van Hagen. Meine Namen sind Rahel, Antonie, Friederike. Mit dem letzten unterschreibe ich alles Offizielle. Ich liebe unendlich Gesellschaft und von je und bin ganz davon überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, um aufzufassen, um zu antworten, zu behandeln. Ich habe aber keine Grazie und nicht einmal die einzusehen, woran das liegt. Da ich nicht hübsch bin, habe ich auch keine innere Grazie. Ich kann es gar nicht einsehen, woran es liegt, da ich mich doch oft überaus unschuldig finde, lebendig und beweglich bin und dies so überaus an anderen liebe. Es war uns eine Ehre, gnädige Frauen. Es hat sich ausgegnädig gefraut. Ich habe die Ehre. Ach ja, und nennt mich Rahel. Shalom, Rahel.